Ja, warum heißt es eigentlich rasender Roland? Und wieso rast er überhaupt? Ein fröhliches Moin zusammen. Was wäre ein Rügenurlaub ohne den rasenden Roland? Luriot hätte wahrscheinlich gesagt, es wäre möglich, aber sinnlos. Wir starten unsere Tour in Putbus. Im sehr schön renovierten und restaurierten Bahnhofsgebäude kommen wir zum Ticketschalter. Ich werde euch in der Videobeschreibung auch noch verlinken über Fahrpläne und Tarife. Da könnt ihr dann nachschauen, welche Tour für euch in Frage kommt. Der rasende Roland fährt im Zwei-Stunden-Takt, aber zur Sommerzeit, zur Hauptsaison, wird er denn auch öfters eingesetzt. Vorsicht! Ja, ich bin immer vorsichtig. Sehr schön, wie der Fuhrpark in Stand gehalten wird und sauber gehalten wird. Die Waggons und Dampfloks sind wirklich in einem tadellosen Zustand. Seit 1895 dampft die Flotte durch Donnerstag. Deutschland, ursprünglich von Putbus bis Binz-Ost. Später wurde die Strecke erweitert bis nach Gören. Wilhelm von Humboldt nannte seine Reise durch Rügen eine Qual. Johannes Brahms wetterte über die schlechten Verkehrsmöglichkeiten. Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts ist Deutschlands größte Insel verkehrstechnisch schlecht angeschlossen. Holprige Landstraßen erschweren den Touristen, dass vorwärts kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, außerhalb der Ortschaften ist es auf Rügen heute noch so. Recht schlechte Straßen bzw. Zufahrtswege. Naja, vielleicht dazu nochmal später etwas mehr. Da es weder einen regulären Fährbetrieb noch Brücken gab, ist Rügen vom Rest der Welt weitgehend abgeschnitten. Also damals. Mit Gott per Dampf quer durch die Insel. Das sollte sich Mitte des 19. Jahrhunderts ändern. 1863 wird die Eisenbahnverbindung von Berlin nach Stralsund eröffnet. Von da an war auch eine Strecke von Stralsund nach Rügen im Gespräch. Von da an war auch eine Strecke von Stralsund nach Rügen im Gespräch. Und ganz so nebenbei lässt sich der rasende Roland auch chartern. Für zum Beispiel Geburtstage, Hochzeiten, Betriebsfeiern oder sonstiges. Näheres dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung unter dem Link. Ja, und auch Hunde sind im Zug erlaubt. Allerdings nur mit Maulkorb. Und die müssen den Preis von einem Kind bezahlen. Ja, klingt komisch. Ist aber so. Mit Gott per Dampf quer durch die Insel stand auf der Lokomotive des Eröffnungszuges. 1891 Wird die Strecke nach Sassnitz verlängert. Nach Rügen reisen heißt nach Sassnitz reisen. Schwärmte Theodor Fontan. Naja, heute hat Sassnitz eher einen nicht mehr so guten Ruf. Aber dazu vielleicht mal an irgendeiner anderen Stelle. Rügen hat ja auch ein unglaublich wechselhaftes Wetter. Bei uns war das auch so geprägt zwischen Regenschauer und Sonnenschein. Aber egal. Wie auch immer. Die Fahrt mit in Roland wollen wir mal genießen. Und darum lasse ich auch mal das Geschnatter jetzt. Die Fahrt mit in Roland. 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 Wenn ihr euch den Fahrplan anschaut vom Roland, werdet ihr sehen, dass kleinere Stationen manchmal ausge-ixt sind. Hier findet nur ein sogenannter Bedarfshalt statt. Wollt ihr von einer kleinen Station mitgenommen werden, müsst ihr euch am Bahnsteig bemerkbar machen. Auch interessant, ne? Wie früher an der Straßenbahn. Untertitelung hierfür 10.15. So, jetzt aber Dalli. Gerade noch Glück gehabt, Tourist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zu DDR-Zeiten wurden die Plätze auf dem Rasen Roland staatlich vergeben. Zum Beispiel an Bergbauleute, die Uran für die Sowjetunion abgebaut hatten, hatten dieses Privileg. Und der Schutzpatron der Bergleute hieß Roland. Jetzt haben wir schon mal das erste Geheimnis vom Rasen Roland gelüftet. Naja, dass der Roland nicht gerade ein D-Zug ist, ich glaube, hat man in den Aufnahmen schon ganz gut erkannt. Ja, der Name Rasener Roland war einfach nur ein Scherz gewesen. Mit gemächlichen 30 kmh maximal ruckelt der Roland so durch Rügen. und an dem Wasser herruckelt der Kiste auf dem Wasser in den bowling. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Binz erreicht und wäre das Wetter noch ein bisschen schöner gewesen, ich glaube, wären hier doppelt so viele Menschen. Nur kurze Stationen, Binz ist ja wunderschön, keine Frage, aber uns waren da definitiv zu viele Leute, zu viel Alarm, darum fahren wir auch schnell weiter. Zum Jagdschloss. Hierzu werde ich noch ein eigenes Video machen. Der Aufstieg zum Jagdschloss ist nämlich wirklich super, super schön. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Na bitte, das Schnaufen und Stampfen sagt doch mehr als tausend Worte. Na endlich habe ich auch mal Gelegenheit Google Earth zu verwenden. Wir fahren weiter über Selin West und Ost Richtung Gören. Und ich kann euch sagen, Gören ist wirklich super. Viel, viel schöner als Binz. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und weiter geht's nach Babel. Und wieder geht's nach Babel. Immer wieder ein Genuss anzuschauen. Der aktivste Schmalspurverkehr in Deutschland. Ich kenne auch kein Dampfbetrieb im norddeutschen Raum, der so dicht und so regelmäßig ist, wie hier auf Rüden. Wisst ihr einen? Also, wohlgemerkt im norddeutschen Raum, ne? In Süddeutschland macht das vielleicht noch etwas anders sein. Aber schreibt das mir in die Kommentare, wenn ihr so etwas auch in Norddeutschland kennt. Und vier Kilometer weiter sind wir endlich in Gören gelandet. Hier ist Endstation. Wir betrachten gerade den Nordstrand. Auch hier kann zur Hauptsaison natürlich auch einiges los sein. Aber im Gegensatz zu Binz, finde ich, hält sich das hier noch die Waage. Meine persönliche Empfehlung, auch für Hotelübernachtung und so, ist man hier sehr gut aufgehoben. Auch der Südstrand ist eine echte Wucht. Auch wenn das Wetter mal nicht so schön ist, wie gerade hier. Trotzdem wunderschön und sei es nur für einen Spaziergang. Wenig Leute, nur ein paar Spaziergänger konnten wir hier ungetrübt den ganzen Tag verbringen. Mit ein bisschen Regen dabei und auch mit viel Sonne. Ein richtiges Wetter-Mischmasch. Das Wetter kann nämlich auch ganz, ganz schnell hier umschlagen. Ist das nicht herrlich. Kein Mensch weit und breit. Naja gut, ein paar Leute finden sich immer, die auch einsame Strände suchen. Das Meer gibt, das Meer nimmt. Und ganz schnell kann das auch mal so aussehen. Nur wenige Stunden, nachdem ich die ersten Aufnahmen gemacht habe. Wie genial ist das denn? Die ersten Aufnahmen? Die ersten Aufnahmen. Die ersten Aufnahmen. Wir nähern uns dem Ende des Videos und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Habt eine schöne Zeit, vielleicht lasst ihr ein Abo da oder schreibt mir einen netten Kommentar, ich würde mich freuen. Ansonsten macht's gut. Und genießt das Leben. Rügen ist doch irgendwie verrückt. Seid gespannt auf meine nächsten Videos. Bis dann, tschüss. Rügen rokride. Rügen joke. Säk hoch. E-Diga. Untertitelung des ZDF, 2020